Hey meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich heiße Jenny und ich mache hauptsächlich, falls ihr das nicht wisst, Haar- und Make-up-Videos auf meinem Kanal. Manchmal auch Vlogs, aber heute werden wieder Haare gemacht. Also das heißt Styling, vielleicht Farbe und auch ein Make-up. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. So meine Lieben, schaut mal, das ist unsere Ausgangssituation heute. Ihr könnt sehen, sehr, sehr lange Haare wieder mal. Also es sind Extensions drin, weil die Haare waren mal vor gewisser Zeit zu einem Bob geschnitten. Und jetzt muss natürlich das Deckhaar sozusagen drüber wachsen. Also wir machen heute keine große Veränderung, wir wollen einfach ein bisschen Glanz in die Haare bringen. Hier, dass das natürlich goldiger ist als das Mittelstück. Beziehungsweise kann man hier sehen, hier ist so ein richtig heller Streifen. Sind die eigentlich abgebrochen an der Seite? Zeig mal. Ja, wir analysieren alles. Die eigentlich geworfen. Natürlich noch vom Bob, das ist kein chemischer Haarschnitt, denken wir einfach mal. Und ja, ich zeige euch natürlich, was wir nehmen. Und ich würde sagen, los geht's. Also wir haben jetzt als allererstes ihre Haare mit Wibond gewaschen. Und jetzt mache ich quasi Phase 2 hier drauf, dass einfach erstmal ein bisschen Pflege auf die Haare kommt. Und dann im Nachhinein machen wir die Tönung. Sonst mache ich das immer umgedreht. Aber um halt sozusagen vorzubeugen, dass das nicht irgendwie fleckig wird oder so. Deswegen machen wir da jetzt erstmal eine Pflege drauf. Weil je gepflegter und mit Feuchtigkeit versorgt hat die Haare sind, desto einheitlicher wird. Das Blonde. Mach durch keinen Blond. Mach durch. Wie lange bist du schon Blond eigentlich? Ähm... So eine Art Abmattierung drauf gemacht. Und ihr könnt die jetzt schon sehen. No Yellow. Also so ein bisschen natürlich, weil der Untergrund sehr Gold war. Ähm... Hier wirkt es jetzt auch länger ein wie auf den Längen. Und dann sind wir nicht auf die Haare sind. Had no need to fight, tonight, tonight Fucked and drank all night, acted all alright Had no need to fight, tonight, tonight Fucked and drank all night, tonight, tonight Fucked and drank all night That's so cool Fucked and drank all night Ich muss sagen, ich fand es mega schön, sie sah wirklich richtig, richtig geil aus Und es ist jetzt schon einige Stunden später Aber lange Haare, viele Haare brauchen natürlich auch Zeit Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt Wenn es euch gefallen hat Und wir sehen uns auch schon im nächsten Video Tschüss